Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid zur nächsten Sendung von Raw TV mit Moritz und Mr. Raw, Rawlution, sorry. Du hast ein super Video auf deinem Kanal veröffentlicht, du bist auch wieder online. Wir haben vor zwei Tagen ein Video zum Coronavirus veröffentlicht und müssen anlässlich dieser akuten Bedrohung für die Menschheit euch Lösungsansätze präsentieren, noch und nöcher. Im letzten Video haben wir das schon getan, wir haben euch einige super Präparate und Möglichkeiten gegeben, euer Immunsystem zu stärken. Heute wollen wir aber auf eine neue Entdeckung eingehen, Immunregulatoren, die tatsächlich euer Immunsystem massiv steigern können. Wir werden das ganz chronologisch aufbauen, das heißt wir werden erzählen, wie das Immunsystem funktioniert, wir werden verstehen, wie das Immunsystem dirigiert wird und von wem und werden euch dazu eine lange Reise mitnehmen. Jetzt war ganz kurz in drei Sätzen gesagt, was ist diese neue Entdeckung dieser Immunregulatoren und wie viel Prozent mehr Aktivität der Immunzellen haben diese Regulatoren im Vergleich zu Echinacea, zu Vitalpilzen und zu anderen ganz stark immunaktiven Substanzen? Ja, es gibt ja so Substanzen, die man schon kennt, um das Immunsystem zu steigern, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel auch Aloe Vera wäre auch noch eins. Und das Besondere an diesen Transferfaktoren, diesen Immunregulatoren ist, es ist eigentlich kein Vitamin, es ist kein Mineral, es ist keine Pflanze, es ist keines der herkömmlichen Superfoods, die wir kennen. Wir können es nicht so einklassifizieren, wie den Rest der Produkte oder Sachen, die wir schon kennen. Es fällt nicht in diese Schiene. Es ist nämlich eigentlich nur eine Aminosäurenfrequenz, es ist ein Polypeptid, also man spricht ja von Proteinen. Die Einzelstücke davon, also die kleinsten Bestandteile dieser Proteine sind Aminosäuren, aber man nennt Proteine, erst dann Proteine, ab einer Zusammenfaltung von 50 Aminosäuren. Bei Polypeptiden, ich glaube, ich weiß gar nicht, bei den Transferfaktoren, glaube ich, sind es sogar nur drei Aminosäuren, genau. Also ein sehr, sehr kleines Polypeptid, was natürlicherweise in der Muttermilch vorkommt, was wir also eigentlich alle zur Geburt bekommen. Das steigert unser Immunsystem um bis zu 280 Prozent im Vergleich zu heutigen, zu den anderen Produkten, die ich jetzt erwähnt habe, wie zum Beispiel Ginseng, Aloe Vera, Eschnerzea, das macht die mal so um die 50 Prozent. Also wir haben es hier mit ganz starken immunregulatorischen, intelligenten Zellen zu tun und um mal wieder chronologisch anzufangen, fangen wir auch mit unserer Präsentation vorne an. Und zwar wurden 1949 diese sogenannten Transferfaktoren entdeckt, die einen ganz, ganz starken Einfluss haben auf das Immunsystem. Dieses Immunsystem werden wir uns erstmal genau anschauen, damit wir sehen, wie weitreichend und wie wichtig es ist, das Immunsystem zu stabilisieren, um unser volles Potenzial zu leben, um Genexplosion auszuleben zu können, um gesund zu altern und um alle Krankheiten, ja, das Immunsystem, das starkste Immunsystem, kann alle Viren, Bakterien, Krankheitsherde im Körper erstmal klassifizieren und identifizieren und dann eliminieren. Ganz wichtig, was du dazu gesagt hast, das Anfangsliche, was du gesagt hast, dich weiterzuentwickeln, ist auch ganz wichtig, denn in dem Moment, wo ich ein schwaches Immunsystem habe, habe ich auch gleichzeitig nicht den Mut und die Kraft innerlich, Dinge anzugehen, Sachen anzusprechen, die mir auf die Nerven gehen oder wo einfach meine Grenzen übertreten werden. Ich werde automatisch, wenn mein Immunsystem gesteigert wird, auch in meiner Außenwelt reaktiver und kann besser gegen Sachen angehen, die mir gegen den Strich gehen. Fantastisch, den werden wir später nochmal aufgreifen, der Punkt, weil er ein ganz entscheidender Effekt ist. Gut, Immunsystem. Also, unser Immunsystem besteht aus mehreren quasi kleinen Parteien oder sag ich mal, das Immunsystem hält sich an verschiedenen Körperpartien auf. Einmal im Herz-Kreislauf-System, in unseren Arterien, ja, wo die ganzen Helferzellen, die wir gleich analysieren werden, herumschwirren. Unser Hormonsystem bildet einen Großteil unseres Immunsystems. Unser Verdauungssystem, da sitzt 80% unserer Immunkraft, deswegen werden wir da auch gleich ansetzen und natürlich im Nervensystem. Das Immunsystem ist quasi, wird belebt durch diese kleinen Zellen. Die kannst du ja mal aufzählen und vielleicht ein paar Sätze zu den einzelnen Zellen sagen, wenn dir da was... Ja, also tatsächlich ist es erstmal so, es gibt hier die Stammzellen, aus denen werden alle anderen Zellen gebildet, das ist ja ganz logisch, ja. Also, nicht nur die Immunzellen auch. Dann gibt es zum einen die T-Killer-Zellen. Die T-Killer-Zellen sind im Endeffekt dafür da, dass wenn erstmal so ein Mikrobe, ein Bakterium, was nicht im Körper erwünscht ist, ein Virus, identifiziert ist, die sind dann dafür da, diesen zu zerlegen, aufzuessen, zu zerstören, wie man das auch nennen will. Genau. Und so gibt es verschiedene kleine Zellen, die hier als Kollektiv arbeiten. Die eine Zelle markiert den Virus, die andere kommt und zerlegt ihn, die andere frisst ihn auf, die andere entgiftet ihn. Also, sie haben alle ihre Daseinsberechtigung. Und zum Thema T-Killer-Zellen, die Immunregulatoren, von denen wir hier reden, diese intelligenten Immunzellen, die steigern die Aktivität der T-Killer-Zellen um 437% studiennachweislich. Es ist unglaublich, aber die Entdeckung hat so weitreichende Fortschritte, so weitreichende Implikationen, dass wir uns das nochmal genauer anschauen müssen. Also, hier haben wir gerade die Oberfläche von unserem Darm, die sogenannten Darmzotten. Das heißt, unser Darm, unser langer Schlauch, da sind so ganz kleine Härchen, die da reinraden, wie so Tentakel oder beim Korallenriff, die Korallen, die die Nährstoffe rausfiltern. Und auf diesen Korallen, da tummeln sich Viren, Bakterien und alles Mögliche, was in den Körper will. Wenn wir ein gesundes, starkes Immunsystem haben mit diesen Immunzellen, die hier in der Mucosa, in der Darmsteimhaut sitzen, dann erlauben die niemanden, da reinzukommen. Wenn allerdings, und jetzt kommen wir zu den heutigen Begebenheiten, die wir alle haben, unser Immunsystem ohnehin schon geschwächt ist, dass wir gleich aufzählen werden, was für Faktoren es liegt, dann haben diese Viren, Bakterien, Veomorphen, Organismen, Pilze, Sporen und sowas auch wie Epstein-Barr. Einfach ein leichtes Spiel. Oder auch die Leimborreliose, wo du ja überklingert wunderbar was erzählt hast, was recherchiert hast. Ja, ganz genau. Also es gibt ja heutzutage meistens nicht das Problem, dass wir irgendeine akute Infektion haben. Das haben wir mittlerweile durch Big Pharma sehr gut im Griff, sag ich mal. Wir haben irgendwas, werfen Antibiotika drauf. Wir haben zwar nicht mehr viele Antibiotika in der Rückhand, die wir einsetzen können. Sie wirken nicht mehr, weil, wie Antibiotika, Resistente, Keime ausgebildet haben. Ganz genau. Und zwar Antibiotika im Wasser. Ganz genau. Und deswegen ist mittlerweile mehr das Problem, die dauerhafte Infektion, also die chronische Infektion. Dass wir stille Infektionen haben im Körper, die wir so aktiv gar nicht mitbekommen, die aber essentielle Regulationsmechanismen unseres Körpers blockieren. Die Leistung in unserem Körper absolut runterfahren. Die so kleine Sachen, die man sagt, die sind im Alter normal, entstehen oft durch diese chronischen Erkrankungen von Bakterien, Viren und so weiter. Und da kann man eben mit diesen Immunregulatoren auch wunderbar ansetzen. Schön, dass du das wieder in so ein ganzheitliches Feld bringst, weil hier passiert viel mehr als einfach nur das Immunsystem. Sondern hier werden Nährstoffe aufgenommen oder eben nicht. Hier werden Hormone gebildet oder eben nicht. Und hier werden, sage ich mal, auch sämtliche Nerven, also, sage ich mal, Gedankenimpulse konstruiert. Wenn wir ein gutes Darmmilieu haben, haben wir gute Gedanken, gute Emotionen, gute Gefühle. Also hier spielt sich viel mehr ab, als wir bisher glaubten. Zum Glück gibt es wunderbare Bücher, Darm mit Charm oder neueste gastroendokrinologische Erkenntnisse, die uns das demonstrieren. Ganz wichtig, vielleicht nochmal darum. Es geht eigentlich darum, ob wir uns mit diesen Bakterienhaufen hier gut stimmen, ob wir gut mit unseren Nachbarn sind oder nicht. Ganz genau. Und dementsprechend gibt sich dann eben auch, ob da Keime und Viren eindringen können, ob unser Immunsystem stark oder schwach ist. Das ist gerade eigentlich der entscheidende Faktor. Ganz genau. Das Immunsystem braucht jemanden, der ihm sagt, was getan werden muss. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben diese ganzen Zellen, also wir haben diese ganzen Zellen hier, aber die brauchen eine Information. Da muss wie ein Coach da sein, wie ein Dirigent. Das ist ein schönes Bild. Wir haben ein Orchester, alle spielen eine gewisse Aufgabe, aber einer spielt gar nicht mit. Der Dirigent hat kein Instrument, was er führt. Er ist nur da, um alles zu koordinieren, damit das Stück funktioniert. Und er weiß als Einziger, wie das ganze Stück in der Gesamtheit funktioniert. Genau. Er hat nämlich Zugriff auf den Blaupause. Nennen wir die Blaupause, also den architektonischen Entwurf, das Stück, das mal geschrieben wurde. Darauf liest der Dirigent alles ab und dirigiert. Und genau so ist es hier. Kannst du diese Darstellung mal ein bisschen erklären, wie das da funktioniert im Immunsystem? Ja, natürlich. Also das ist jetzt hier die angeborene Immunantwort, so eine Art Standard-Immunantwort, was das Immunsystem erstmal macht, wenn es merkt, da ist eine Infektion da. Das hier ist die bezifische Immunantwort. Also das, was passiert, wenn unser Immunsystem erstmal mit diesen Erinnerungszellen und so ausgekundschaftet hat, was ist das überhaupt für ein Virus? Genau. Was kann ich damit machen? Und ich muss spezielle T-Killerzellen dafür kreieren, um eben diesen speziellen Virus zu töten. Weil ich kann nicht mit jeder T-Killerzelle jeden Virus töten. Da werden speziell welche in unserem Körper kreiert, um speziell das zu töten. Und das ist natürlich auch viel effektiver. Und diese Antwort können wir eben mit diesen Transferfaktoren, mit diesen Peptiden extrem steigern. Ja, hast du wunderbar erklärt. Das heißt, wir haben eine gesteigerte Immunantwort und kommen letztendlich zu dem Fakt, was dann letztendlich passiert. Es gibt einen Dirigenten, der koordiniert, der sagt, hey, da und da müsst ihr hin, ihr zählen. Das heißt, eure Aufgabe wird klar definiert. Dadurch wird die gesamte Immunantwort gesteigert und quasi das Orchester ergibt einen Sinn. Und jetzt ist die Frage, wieso haben wir heutzutage, das habe ich glaube ich gar nicht drin, so ein schwaches Immunsystem? Okay, das suche ich gerade schnell raus. Du kannst schon mal die ersten Punkte einleiten. Wieso ist das Immunsystem heute ohnehin schon geschwächt? Ja, die Sache ist normalerweise, wir haben ja diese ganzen Dinge wie T-Killerzellen, Erinnerungszellen, diese ganzen Immunzellen haben wir bei der Geburt schon in unserem Körper vorhanden. Das ist alles funktionstüchtig. Das einzige, was fehlt, ist der Dirigent, von dem wir jetzt gerade gesprochen haben, eben diese Peptide. Das Problem ist, normalerweise würden wir das alles über die Muttermilch zugeführt bekommen. Das ist auch gar kein Problem. Die Mutter tut da wirklich im Übermaße davon herstellen. Also es ist wirklich kein, da ist eigentlich normalerweise kein Mangel da. Nur durch die heutzutagigen Degenerationen in unserem Körper, in unserem Umfeld, ist das leider nicht mehr der Fall. Die Mutter tut so gut wie gar kein Kolostrum, nennt man das, mehr ausschütten und damit an das Baby weitergeben. Die Folge ist, geschwächtes Immunsystem schon früh beim Baby, frühe Erkrankungen, das Kind wird zusätzlich noch geimpft dann, was mit sowas schon gar nicht nötig wäre. Abgesehen davon, ob man jetzt die Funktionsweise von Impfungen generell in Frage stellt, ja, unabhängig davon. Ja, und dann ist natürlich noch ein zweiter Faktor, wenn das Kind noch als Kaiserschnitt geboren wurde, wo dann natürlich auch, das ist ganz wichtig, nochmal kurz ein kleiner Einwand. Wenn ein Kind geboren wird, ist es ganz wichtig, eigentlich eine Vaginalgeburt durchzuführen, da da das Mikrobiom des Kindes informiert wird. Extrem viele Bakterien, Keime und so weiter, praktisch auch unser ganzes Immunsystem, nochmal eins vor. Hier, diese ganzen Bakterien werden bei der Geburt an das Kind abgegeben. Wenn ich das Kind aber rausschneide, einfach raushole, findet diese Information, diese Impfung praktisch, das ist wirklich die natürliche Impfung von Mutter Natur, findet gar nicht statt. Darf ich da kurz einhören und das gleich weitermachen? Sehr, sehr guter Punkt. Weil wenn diese, also wir müssen uns vorstellen, wir haben alle diese Zellen da, aber wenn bei der Geburt nicht über die Mutter, diese erste Impuls, diese Information, diese intelligenten Immunregulatoren, die direkt eingesetzt werden, dann sind die Zellen da, aber die sind gar nicht aktiv, die wissen gar nicht wohin. Und jetzt ist das Fakt, was er wunderbar sagt, erstens hat das Kolostrum stark abgenommen, das heißt, die Mutter produzieren viel, viel weniger dieser Vormilch, erstens, und zweitens mal ist durch die Strahlung und die Umweltbelastung das Immunsystem viel, viel schwächer. Das heißt, die Zellen sind weniger vorhanden und die sind teilweise kaputt, so kannst du weiter machen. Ja, ganz genau, ja, gar kein Problem. Das ist eben auch wichtig, dieses Kolostrum ist normalerweise in der Muttermilch drin. Ganz besonders, was wohl durch Studien jetzt rausgekommen ist, der Hauptfaktor ist elektromagnetische Strahlung, dass dieses Kolostrum eben nicht mehr produziert wird in der Muttermilch und somit das Kind nicht mehr informiert wird. Und man sieht es ja auch immer mehr, die Kinder sind immer mehr krank, ja, also früher gab es sowas nicht, dass die Kinder einfach die ganze Zeit krank waren und ah, mein Kind ist krank. Ich meine, du kennst ja auch, war dein Sohn schon mal krank? Er hatte mal einen Schnupfen, ich muss aber auch dazu sagen, die Umweltbelastung hier in Frankfurt ist extrem, das heißt, wir haben Chemtrails von oben, zum Glück trinkt er gutes Wasser, Nahrungsmittel sind heute voller Glyphosat, zerstört das Immunsystem. Also man darf heute auch mal verschnupft sein, aber er ist viel, viel weniger krank und viel, also eigentlich ist er nie krank, er hat mal einen Schnupfen gehabt. Und vielleicht wollen wir jetzt mal dazu kommen, was dieses Kolostrum neben diesem Immunsystem noch für weitere Effekte hat. Das sind ja noch viel weitreichende Folgen nur, dass ich jetzt weniger krank werde und was wir vorhin jetzt vielleicht noch erwähnt haben, bessere Durchsetzungsfähigkeit haben. Also du darfst gerne damit ansetzen, ich würde aber gerne in einer zweiten Sendung weiter machen, weil wir schon wieder Überlänge haben. Es geht, wenn es nur die Funktion ist, das Immunsystem zu verstehen, die intelligenten Immunzellen zu verstehen und jetzt werden wir in die Geschichte dieses Kolostrums eintauchen und uns mal anschauen, was das mit den Kühen, Kolostrum, was das überhaupt ist und was da überhaupt Sache ist. Also machen wir einfach eine zweite Folge. Wir machen eine zweite Folge, schön, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr euer Immunsystem stärken könnt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr ihr Immunsystem stärken könnt, wie ihr euch gegen Viren, Bakterien, Epstein-Barr, aber auch die Leimborreliose effektiv schützt und vorbeugen könnt, dann folgt weiterhin, schaut euch nochmal die letzte Sendung an, wo wir wunderbar auch schon über diesen Coronavirus geredet haben. Wir haben Möglichkeiten noch und nöcher und das ist die stärkste Möglichkeit, sich auf diese intelligenten Immunzellen zu konzentrieren. Danke dir für deine Expertise, Moritz, hat mich sehr gefreut. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns morgen wieder, spätestens übermorgen. Ciao. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rokostria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt, lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel-Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rokostria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eure Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Serra Gym Infrarot-Liege. Erdet euch mit Terra Pro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rokosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkroten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit. Denn dann, 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 dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen. Und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Euer David Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.